Think Simple unterstützt Sie bei der Personalarbeit mit dem HR-Tool Think Simple Plus. Diese cloudbasierte Software digitalisiert Ihre Personalanalyse und Personalentwicklung. Von der KI-gestützten systemischen Personal- und Lerndiagnostik über Lernentwicklung bis hin zur Lernbegleitung. Weil eine Software allein nicht ausreicht, um die Organisation zu verändern, begleiten Sie unsere Consultants bei diesen Transformations- und Entwicklungsprozessen. Die Coronavirus-Pandemie stellt uns alle vor eine große Herausforderung. Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen sich auf neue Situationen einstellen. Dafür brauchen Sie neue Kompetenzen, um auch in Zukunft performant und engagiert zu bleiben. Wir helfen Ihnen dabei. Damit der Entwicklungsprozess ein Erfolg wird, haben wir diesen Prozess in kleine, kontrollierbare Schritte aufgeteilt. Zu Beginn analysieren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen online und anonym die eigenen Stärken und Schwächen, um den individuellen Entwicklungsbedarf festzustellen. Daraus ermittelt die Software Think Simple Plus Handlungsempfehlungen sowie Lernchancen und schlägt einen Lernpfad für die individuelle Entwicklung vor. In vielen Projekten hat sich gezeigt, dass eine Begleitung durch Consultants zu einer besseren Transfereffizienz in diesem Entwicklungsprozess führt. Daher können Sie optional die Leistungen der Consultants in Anspruch nehmen. Studien von den Firmen Gallup und Kununu zeigen, dass engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leistungsfähiger und weniger gestresst sind. Wir haben einen Key Performance Indikator mit dem Namen Leichtigkeitsindex entwickelt, der sowohl das Leistungspotenzial als auch den Stresslevel der Organisationseinheiten sowie der Individuen zeigt. In diesem Index fließen Informationen aus dem Jobfit, Personalityfit, Culturalfit und Orgafit. Im Rahmen der HR Analytics messen wir auch den Zufriedenheits- und Engagementindex. Die Richtigen am richtigen Platz zu haben, ist der Wunsch einer jeden Führungskraft sowie der Personalabteilung. Wie lässt sich die Personalauswahl objektiv, diskriminierungsfrei und schnell treffen? Dafür haben wir in unserer Software eine KI-basierte Persönlichkeitsanalyse implementiert. Diese analysiert Videointerviews und vergleicht die Ergebnisse mit dem hinterlegten Rollenprofil. Daraus wird ein Personalityfit ermittelt und dieser sagt aus, wie gut das Eigenschaftsprofil mit dem Rollenprofil harmoniert. Sie können auch auf diesem Weg Kandidaten und Kandidatinnen miteinander vergleichen und zum Interview einladen. Wir bedanken uns und freuen uns auf Ihren Kontakt. Gern können Sie unsere Produkte in einer Live-Demo näher kennenlernen. Reservieren Sie Ihren Wunschtermin unter www.thinksimple.de slash online-termin und drei Untertitelung des ZDF, 2020